Na lo zusammen, mich hier ist wieder Deutscher Land und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video aus der Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren und zwar habe ich mal wieder ein bisschen Gold rausgepfeffert, für diesmal ein paar Heldentaten bzw. Ports und der eine oder andere, der in letzter Zeit auch im Stream dabei war, wird es vielleicht auch mitbekommen haben. Ich habe mir die Keys hier gekauft gehabt, die 20er Keys, nach größerem Rumärgern mit Random Gruppen in MnPlus. Die letzten Seasons habe ich es ja immer alles random easy machen können. Na gut, easy sind immer die Dinge, aber dann ging es zumindest. Diese Season, es war ein Gehackel. Eigentlich wollte ich es halt random alle auf 20 spielen, so wie die letzten Seasons, aber irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich keinen Bock mehr hatte. Und zwar hatte ich ja alles random auf 18, 19 hochgespielt, die meisten auch in Time gehabt. Heißt, ich war auf so einem Score von 2500 und ein paar zerhackten. Bloß ich hatte einfach die Problematik, selbst wenn ich als Tank zwei Stunden, drei Stunden mich in alle möglichen Keys reinqueue, ich wurde in keinen 1,27er mitgenommen. Mir ist klar, dass der Guardian jetzt aktuell nicht der beste Tank ist, aber dass das Gefälle so krass ist, hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Das war jetzt zum Beispiel in Shadowlands deutlich anders. Und ja, deswegen war ich immer so ein bisschen darauf angewiesen, dass ich meinen eigenen Keys hochspiele. Ich habe ein paar Mal jetzt meine Keys dann selber auf 20 gespielt. Immer mit dem Ergebnis, weil ich dann die Random Gruppe quasi zusammengeladen habe mit meinem 20er Key, ist wenn dann irgendwer Insta bei irgendeinem Pull rausgelieft oder wir hatten die Dings, dass die Leute, die Mechanic nicht spielen, wo man zusammenlaufen muss, wo ich mir denke, warum klappt das in einem 20er Key nicht? Also ich habe da jetzt schon Leute auch zusammengeladen, die dementsprechend einen Score haben. Oder so Zeug. Ende vom Lied ist jeden Key, den ich mir auf 20 hochgespielt hat, wurde mir weggeplietet. Und ja, irgendwann hat es mir so ein bisschen gereicht tatsächlich. Und dann dachte ich mir, komm, bevor ich jetzt da noch mehr Zeit rein investiere, kaufe ich mir die Keys, booste irgendwas anderes selber und habe das Gold im Gold-Zeitverhältnis wesentlich besser drin. Ich habe mir das nämlich angeguckt. Ich habe jetzt gezahlt für alle 20er Keys insgesamt 2,5 Millionen. Und wenn ich jetzt rechne, was ich an Zeit brauche, das Gold zusammen zu bekommen. Im Gegensatz, dass ich mir die Keys immer selber hochspiele mit dem Risiko, dass jedes Mal wieder irgendwie was schiefläuft, habe ich mich quasi entschlossen, dass ich mir einfach die Runs kaufe. War wesentlich entspannter. Dann habe ich auch das erste Mal gesehen, was ein Worry-Tank im Gegensatz zum Guardian aushält. Ist natürlich schon krass. Also ich bin teilweise halt aus Tank mitgelaufen, also quasi mit zwei Tanks. Die haben die meisten so Gruppen, die haben halt einen Tank, Heiler und zwei DDs und ziehen halt meistens DDs mit. Aber die machen halt genug Schaden. Und dann ist es halt mal so eine ganz andere Welt, wenn die Leute nicht die ganze Zeit in Void drinstehen, die Mechanics spielen und so. Das ist relativ angenehm. Das Krasse ist, ich mache das Guardian-Tank, habe ich sogar mehr Schaden als der Boost-Tank gemacht. Aber die Puls, die der machen konnte im Gegensatz zu mir, also da sind Welten dazwischen. Und du siehst es ja leider immer nicht so selbst, wenn du tankst, wie stark die anderen Tanks sind. Ich finde eigentlich der Guardian von den Spells ist ganz cool, aber Worry hält einfach so viel mehr aus. Also das ist wirklich extrem. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ist ein bisschen schade. Ich versuche meistens halt möglichst mein Gold ein bisschen zu schonen. Deswegen für M+, wollte ich nichts ausgeben. Rückwirkend betrachtet war es, denke ich mal, aber die richtige Entscheidung. Was mich ein bisschen ärgert, eigentlich hätte ich es ja auch so machen können, dass ich die ganze Season kein M+, Spiel in der Zeit was anderes machen. Weil im Endergebnis habe ich jetzt quasi die ganze Season, oder ich habe jetzt nicht krass viel M+, gespielt, aber zumindest meine vier Keys die Woche über einige Wochen, die hätte ich mir halt auch sparen können, unterm Strich. Naja, muss ich mir für die nächste Season tatsächlich überlegen, ob ich überhaupt M+, spiele oder mir gleich dann am Ende die Keys kaufe und mir die Zeit spare, was anderes mache. Habe ja genug offen auf der Collection-Liste. Aber das muss ich mir dann noch überlegen. Eigentlich spiele ich ganz gern M+, auch. Naja, gut, genau. Aber jetzt wollte ich euch noch zeigen, was gibt es dann da halt Schönes. Naja, es gibt halt Heldentaten. Also fürs Collecten Punkte auf Darts of Assert bringt es natürlich keine. Das sind alles Heldentaten. Titel kriegst du keine, aber du kriegst zwar diese Ports, die ganz nett sind, aber ehrlich gesagt auch nicht viel bringen, weil die halt nur für den Char sind. Also du kannst den nur auf den Char nutzen, hat 8 Stunden Abklingzeit und die Abklingzeit teilt sich natürlich auch mit allen anderen Ports aus den alten Expansions. Also da sieht es dann tatsächlich auch schlecht aus. Also heißt, wenn man sich irgendwo hinportet, wie ich, was ich eigentlich relativ regelmäßig mache, nach Sholo, das hat man damals über Kataklysm, ne, das ist nicht Kataklysm, über MOP war das glaube ich richtig, MOP-Challenge-Mode, weil da brauche ich noch einen Transmog-Stab, dann sind die anderen Sachen auf, cooldown, also ist es eigentlich immer so ein bisschen, naja, mehr sein als schein im Endeffekt, ne, mehr schein als sein, so rum, weil die Ports kannst du eigentlich selten sinnig benutzen. Mit den Twings wäre es vielleicht mal ganz praktisch, dich irgendwie hin zu porten, aber im Main, da baute ich mich eh immer nach Sholo und deswegen hat sich das. Aber gut, äh, ich hab's ja jetzt auf jeden Fall und, ja, dementsprechend ist das Kapitel auch wieder abgeschlossen. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle, ähm, wir sehen uns, wenn ihr wollt, beim nächsten Waste-Video und ja, dann würde ich sagen, ähm, bis dahin, euer Tilar, bis zum nächsten Mal, ciao!